Das kommende Album von Lea trägt den Titel von der Schönheit und Zerbrechlichkeit der Dinge. Das Album erscheint voraussichtlich am 4. Oktober über das Label Treppenhaus Rekords. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.